So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Prime 2 Echoes! Ich bin in der Soße gemeint. Ja, schieß doch mich, da bist du. Ja, ich will schießen, Samus. Schieß! Mach das Ding kaputt. Schlüssel Nummer 5. Inzwischen glaub ich, dass in den Tempelanlagen 3 sind und in Argon 2. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Oder ist es vielleicht doch andersrum? Dass in Tempelanlagen 2 sind und in Argon 3. Ich will wissen, was dort ist. Okay, dann muss ich wieder hier raus. Ja, super Samus. Ja, wir sind super Samus. Wir retten die Welt und fallen in Soße. Dieser Stein war im Weg. Der war so platziert. Geht's da lang? Ja. Was soll jetzt denn da rüber? Oh, was seid ihr denn für Teile? Okay, auf jeden Fall. Warte. Auf jeden Fall hab ich euch schon gescannt. Den Kollegen auch. Stirb. Nein! Was machst du, Samus? So, da hinten war ich noch gar nicht. So. Das ist wieder ein großer Raum. Und da ist wieder so ein Teil. Ich glaub große Räume sind immer ein Zeichen dafür, dass die scheiß Plattform nicht das macht, was sie soll. Ich hasse solche Schwebeplattformen. Wo bist du? Schlüssel Nummer 6. So, ich möchte übergehen wissen, dass es dort unten ist. Ein Item. Einfach mal Powerbombe legen. Okay, irgendwas ist grad aufgebrochen. Hm, was ist das denn? Okay, Missile. Selbstmord für Missile. Ja, ist okay Samus. So, und... Geht's jetzt noch... Ja, da ist noch was. Da ist was kleines. Was ganz kleines. Ganz kleiner Raum. Aber da will ich partout gehen. So, da wird nichts sein. Nehmen wir jedenfalls an. Ich wähne einen kleinen Raum. Da ist bestimmt irgendwas tolles. Wie muss ich da gehen? Da lang. Okay. Richtig gut. Ich will bloß in die schwarze Tür da vorne rein spitzen, dass dort sich befindet. Bei kleinen Räumen setze ich immer mit Items gleich. Nein! Speicher Station. Na gut, das sag ich auch nicht nein. Ich bin auch hohl. Und so derbst hohl. Ich denk die ganze Zeit, wir sind in den Tempelanlagen. Und wo sind wir? In Argon. Idiot. Okay, aber da weiß ich jetzt auch gleich, wo wir jetzt lang gehen. Weil wir sind jetzt hier in Argon fertig. Und hier sind bestimmt wieder Weltraumpiraten am Start oder sonst irgendwie verhegelten Kreaturen. Natürlich. Ja, wir sind unterpflogen. Ja, super. Fuck you, fuck you, fuck you. Lasst mich bloß hier weg. Lasst mich doch in Ruhe. Ja, klar. Hat der das gesehen? Das ist einfach mal weggegangen, kurz bevor ich reingehe. Mhm, aha. Cool. Das ist echt super. Dankespiel. Lass mich verrecken. Der schwarze Streifen sagt ja. Ich sag nein. Gibt's ja nicht. So, im Dunkeln. Ach, jetzt sind wir erst im Helden äther. Das heißt, wir müssen erst zu den Tempelanlagen latschen. Das heißt, wir müssen erst zu den Tempelanlagen latschen. So. Hier müsste wieder irgendwo eine Speicherstation beim Kugeln. Ich sehe nichts. Natürlich. Aber das lohnt sich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Lass mich hier weg. Jeder schießt nach mir. So. Und hier machen wir erst mal wieder einen Cut. Bis gleich. Bis gleich.. Bis gleich. Leit auf 어렵et Olympische